Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 8. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily, 1284. Und nein, der Sami Klaus hat mich gestern nicht mitgenommen. Ich war einfach kaputt und es ging leider nicht mehr. Deshalb heute wieder News, zum Beispiel DuckDuckGo, Apple Music, Suchmaschine 5590, Tim Cook, WhatsApp, Bloomberg und macOS. Ich starte gleich mit DuckDuckGo. Der Browser, welches erst im Oktober, glaube ich, auf die Apple-Plattform, also sprich auf den Mac, geschafft hat, macOS-Version, aber nur in der öffentlichen Beta, der hat ja keine Erweiterungen, wie man weiss. Und die Dinge, die man hier am liebsten hat bei diesen Erweiterungsgeschichten, ist zum einen, dass man zum Beispiel Werbung oder Cookie-Banner, Pop-Up-Geschwüre ausblenden kann oder eben dann, wie heissen die Dinger schon wieder, One Password, nicht One Password, Passwortmanager mit einbinden kann. Deshalb hat man bei DuckDuckGo es einfach gemacht und gleich selbst einen Passwortmanager mit integriert und unter anderem auch die Bitwarden-Geschichte mit reingelassen. Also man hat die Möglichkeit, neben dem integrierten eigenen Bild eingebauten Passwortmanager auch den von Bitwarden zu nutzen. Kann man machen, wenn man möchte, auf jeden Fall besser als kein Passwortmanager. Weiter geht es mit Apple Music und die haben, gerade leider eben schon vorgestern, weshalb ihr wahrscheinlich schon davon gehört habt, Apple Music Sing vorgestellt. Um was geht es da? Ja genau, ums Singen und zwar mit Apple Music. Ich habe schon mehrfach darüber gesprochen, dass meine Mädels die Möglichkeit, den Lyrics anzuzeigen, als Karaoke-mässig nutzen, um zum einen den Text zu lernen, zum anderen die Sprache zu lernen, aber auch eben, um mitzusingen. Und das kann man jetzt dank Apple Music Sing noch deutlich besser, denn es lässt sich damit zum Beispiel die Hintergrundgeräusche oder den Gesang runterschrauben, so dass man die eigene Stimme besser hört und die Musik aber dennoch im Vordergrund hat. Und solche Geschichten. Ich finde das sehr, sehr spannend. Apple hat das wirklich toll gemacht und ich freue mich schon aufs Ausprobieren. Zumindest eben Ausschauen tut es schon mal sehr, sehr interessant. Dann gab es auch gestern die Google-Gesuchbegriffe. Das, was man in Google gesucht hat und hier habe ich vor allem halt die Schweizer Dinge. Für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, alle anderen, es geht gleich weiter, die, die es nicht mitbekommen haben, in der Schweiz wurde meist nach Ukraine, nach Roger Federer und nach der Queen Elisabeth II. gegoogelt. Warum ist oder dürfte wahrscheinlich klar sein, denke ich doch mal. Weshalb das Noco Djokovic auf Platz 1 ist bei den internationalen Persönlichkeiten, das begreife ich nicht, ausser eben, dass er halt so ein lustiger Querulant war Anfang des Jahres. Um den wurde es ziemlich ruhig. Mal schauen, was da noch sonst passiert. Ach ja, die CS-Aktie wurde auch fleissig gegoogelt. Auch das nicht wirklich verwunderlich. Bei den Fragen ging es vor allem darum, was ein Oligarch ist, was die NATO ist, was 2G Plus ist und so weiter. Zum Beispiel, was man tun muss bei einem Wespenstich. Ja, alles Dinge, die Google weiss, dank interessanten Webseiten da draussen. Die Glasfaserbox, Fritzbox 5590, hat ein erstes grosses Update bekommen auf die Fritz OS 7.5. Besonders spannend und generell aktuell für all jenigen, die eine Fritzbox zu Hause haben. Aktuell rollt Fritzbox, also besser gesagt AVM, langsam aber sicher die Version 7.5.0 aus. Weshalb ist das so spannend? Ja, da habt ihr Dinge wie verbesserte Performance im WLAN Mesh drin. Das ist etwas, was man immer mitnehmen kann. Aber viel wichtiger, wie ich finde, ist die neue VPN-Lösung über WireGuard, die sie mit integriert haben. Neu kann das Fritz Phone sprechen. Zum Beispiel, wenn jemand anruft, heisst es dann, hallo, deine Kollegin Lisa ruft an und nicht einfach Klingelingeling. Finde ich witzig, muss ich mal ausprobieren. Und ihr habt sonst noch Möglichkeiten im Bereich des Smart Homes. Über 150 neue Funktionen. Ich werde, sobald ich mal dazukomme in den nächsten Tagen, respektive 1-2 Wochen, ein bisschen was dazu schreiben. Da gibt es einige tolle Dinge, die da mit drin verbaut sind. Weiter geht es mit Tim Cook. Der hat Made in Arizona ausgerufen. Es war ja schon länger bekannt, dass Apple in die Fabrik von TSMC mit investiert in den Staaten. Und zwar in Form, dass eben TSMC, welche Exklusivchips für iPhone, iPads und Macs liefern. Und auch andere Geräte, dass sie die nach Amerika geholt haben, um eben Made in America Chips da zu produzieren. Ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Weil schon das aus China rausnehmen ist ja ein grosses Problem, weil da halt eben die ganzen Fachkräfte, das Know-how fehlt. Aber auch die Hardware und so weiter und so fort. Ich bin da sehr gespannt, wie sie das in den USA schaffen werden. Mit den ganzen Möglichkeiten, die da gegeben sind und oder eben vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich in einer sehr, sehr zurückhaltenden Form, wie man es damals mit dem Mac Pro gekannt hat, wo der in den Staaten gefertigt wurde. WhatsApp hat sie jetzt offiziell und für alle eingeführt. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen in der Beta- oder Vorab-Version. Jetzt sind sie für alle da, die Avatare. Jetzt könnt ihr ausschauen, wie, ja, halt so Avatare ausschauen. Yippie! Und die könnt ihr als Sticker, und zwar hätte mich mit 36 verschiedenen personalisierten Sticker in der Welt rumschubsen. Wer ein iPhone oder ein iPad und ein Mac hat, der kennt das sicherlich schon von den Memojis. Ähnlich ist es hier auch. Nur die Dinger bewegen sich nicht, weil es Sticker sind, die man draufklebt. Und dann gibt es wieder mal Hashtag, Knopf drücken, Achtung, Gerüchte. Gerüchte rund um das Apple Car. Dieses soll nämlich unter 100.000 Währungseinheiten kosten, aber nicht vor 2026 kommen. Irgendwie ist das ein bisschen wie mit dem Apple TV, aber hier glaube ich mehr, dass Apple noch was bringen wird. Irgendwann. In welche Form und Weise. Das werden wir noch sehen. Wir wissen ja schon von anderen Geräten, dass Apple immer ganz, ganz lange in Entwicklung ist, bis sie dann mit einem Gerät wirklich rauskommen. Ich meine, das iPhone und das iPad waren beide über sieben, acht Jahre in Entwicklung, bis dann wirklich mal was rausgekommen ist. So wird es auch mit dem Klapptelefon sein. So wird es mit vielen anderen sein. Beim Auto ist es noch ein bisschen anders, weil wir mitbekommen haben, das hat schon mehrfach ein Zerwürfnis und ein Neuanfang und dann wieder neu zusammengewürfeltes Ding gegeben. Wir werden sehen, was schlussendlich wird. Anscheinend, laut Bloomberg, also auch hier wieder eben, Achtung, Gerüchte, soll es ja nicht mehr ein selbstfahrendes Auto werden, wie man mal gedacht hat, mit Sitzen, die dann gegenüber sitzen. Und wo man sich wirklich nur noch auf nichts konzentrieren musste, es soll anscheinend eine Version geben, wo man zwar eben Dinge nebenbei machen kann, aber das Auto soll einen dann warnen, wenn man selber handein oder eingreifen muss. Ich bin sehr gespannt, wenn wir was sehen und vor allem, was wir sehen. Und zu guter Letzt gibt es noch Vorfreude auf 13.1 Ventura von Mac OS. Was hat das genau auf sich? Dann braucht ihr nämlich, um einen R-Tag zu finden, nicht mehr zwingenden iPhone. Ihr könnt dann das direkt aus der Woist-App im Mac machen oder auf eurem Mac machen. Das ging bis anhin nicht, soll dann mit 13.1 möglich sein. Und das Update soll, so wie es ausschaut, relativ zeitnah dann auch irgendwann erscheinen. Wir dürfen uns freuen. Bis dahin hoffentlich nicht mehr zu viele Gerüchte in den nächsten Tagen. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder oder in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.